Danke für diese weitergebende Information. Jörg, Jörg, was war denn los? Wurschtbar mit dem Kerl. Wir haben einen Dora Abschüssen, ne? Ja, und Emil verloren. Herzlichen Glückwunsch. Alle verfügbaren in Emil rein. Nein, ganz ruhig. Da ist nicht Warte offen. Häser haben wir gehalten. Wir haben da ja Kapazitäten frei. Wir haben hier viel frei getroffen. Ah, Dora. Ich rasch da mal drauf. Drei, vier, sechs, acht. Ja, ist da. Die haben ja schon viele Kitas in Ordnung. Die haben zwei A-Pass. Muss man für Jörg übernehmen. Dann, warte. Haben wir gebraucht. Kettig nehmen Alfa denn, wenn die jetzt wünschen muss, ne? Wie ich hier einfach reinfahre. Alfa hab ich in Home drin stehen, kannst du dann übernehmen, ja. Emil ist offen. Booty drin und Snake-Eye. BB, also. In der Mitte kommt eine Nebraska da drin, die du ist, ne? Ja, ja, bitte drauf. Geht. Müsste weg sein. Yes. Die Rote rum gepanzert, wissen wir. Ja, gepanzert. Achtung, CV hier mal ein Stück hinten. Oh, das bin ich. Ja, ich, äh. Tschüss. Alles klar. Das ist für Lex, Alter. Ja, alles klar. Was sind denn das für die Lex, Alter? Wir hatten da wieder seinen Hintergrund, seinen Sounds, weil du fällst. Weiber. Nein. Doch. Ach, der fährt ein Alfa durch, ne? Ich hab's dir gar nicht. Das krieg ich nicht, bei gar nicht. So, bei dir. Ah, aber, Adolf. Was? Hab ich jetzt aber nicht gehört. Na gut, mit einem U-Boot kannst du nicht die ganze Kiste abdecken, eh. Ja, funktioniert. In der Mitte kommt eine Versaille drin. Ja, Junkie, okay. Oh, hier haben sie wieder zugemacht. Ist aber schön. Oh, diese Smokening Bastarde, ey. Ja, ich hab's in der Mitte. Du bist ja auch in der Mitte. Ja, ich hab's in der Mitte. Ich hab's in der Mitte. Ja, ich hab's in der Mitte. Ja, ich hab's in der Mitte. Boah, das ist Steiner. Süd ist schwach besetzt, ne? Aber das ist von uns. auch nicht mehr besetzt süd ist gleich weg bravo verloren ist wieder gut los hier musst du mich nicht kreuzen du fährst hier rum als ob du in den Platz die mit die QV Vorsicht die Versailles kommt bravo 2 aufgleich war eben bei dir nur ein A-Bahn drauf oder? die CVs sieht man alle weg hier ihr müsst rennen wie die Kanickel denke ich mal weil das ging so schnell Mauro soll seinen Sinners zählen dem ist egal es ist doch wurscht ja Kim den hat mich nicht rausnehmen lassen oh mach mich ja fast alle rausgesossen worden glaub's nicht da unten ist noch eins Dora 5 4069 da wird keiner mehr dran kommen so jetzt müssen wir uns hier ein bisschen splitten Lars du machst den A ich kann auch A machen ja ja da stell ich mich bald bei vieles kalt na gut da haben wir jetzt erstmal Beschäftigung das ist alles in grünen Tüchern momentan ich kann sofort Panisch schreiben man jetzt hab ich den Chat ich komm mit dem U-Bahn aus A-Bahn denk ich bestimmt vor dir ich kann sich aufs andere konzentrieren das wird ja wieder spaßig hier da können wir direkt wieder rennen 10 BBs richtig? ja 10 BBs dann haben die sie aber gesplittet mach mal im Süden hier schön Hardcore FC wer ist Atlantis? Atlantis, ne Quatsch, irgendein Russe Lichtbrotchen machen, einfach hinten die ganzen Bärter verloren Bärter verloren, okay ich will den schon wieder schlagen, diesen Drecksbinger, ey der Atlantis ist gerade unterwegs, so im Süden wollen sie mit Bombern irgendwie doden 9 BBs beim Gegner aber eins ist weg, ja ich müsste für die Fahndu am Norden AP nehmen so geil, ja Torb-Bomber im Süden abfangen ja, sind nur unterwegs, sehr gut so, Berserker ist sein erstes Opfer los ich geh da jetzt mal mit dem BB rein ja, dann mach das so, ist ein bisschen Pflora der ist dann bei, ist Reservant, kann ihn unterstützen oh, der ist erst mal geblockt ja, der scheine nur APS drin zu sein los, lass den mal runterbrennen hör, ich bin AFK hier gut also, Stefan ist jetzt frei boah, da können wir den auch noch nicht runterfassen ach, das ist so ein fucking D-Lex, Alter aufpassen, Mitte Hitachi und Upper äh, Mitte, Jolly, Besser und Chill ist in Sand ja, ja Tanzatanzer, hast du so nah? ich hab so nah, ja aber ich... das Ding hat nur zwei Ganner, äh, zwei Headshotwerfer ja, Jolly hat aber welche ja, ja, ich hab welche dabei, ich musste nur sehen äh, woher kommt das da? ja, woher kommt das da? hüpfen wir eine Richtung vor äh, Delta-3 äh, Zonen die Masse braucht im Norden nicht rasch kann sich kommt, ich hab auch so nah und Hedges dabei schon also, komm, sonst die Hedges auch nein, Zonen im Norden der Stuttgart wird Heilbues ich soll, ich fahr mal nach Norden bitte ja, check und Best of Chill auch Best Blatt mit uns Süd wo sind wir drin? ja, das ist ja ganz schön eng geworden, ne? Vorsicht, Border Bomber in der Mitte Mitte Versuch, ruhig Karten, Torbomber bei dir Dank, Dankeschön ich bin gecrashed ja, wir sehen waren jetzt die Torbomber, irgendwer hat er was gesagt ja, bitte ich weiß zwar nicht, was Rex Boulder versucht, aber naja ach da jetzt kannst du da nicht schon, ah ok, hat sich erledigt ja, hat sich erledigt ups, zwei reichen oh, jetzt machen sie alles auf, na wunderbar ah, Alter ja, gerade auch heute mit Zwei zu spielen bei ihm, ja wir sind ja auch abgehauen bei der, bei der Aktion und? vielleicht jetzt weiß, ob auf Chat, oder? oh, jetzt hab ich keinen Chat, ich glaub's nicht oh, jetzt hab ich keinen Chat ich glaub's nicht vor dem 7 mach ich grad weg direkt alle weg ja, ja kann mal einer schreiben, dass der ganze traurig Rest nach E gehen soll jemand die Schale dort, find ich ne, ne? ne, komm halt nicht ran, wegen dem scheiß roten Ding da der Russe ist da oh, Katik muss den Ding aber killen, ja? ja, killen wir zwei, jetzt komm mal auf eine Chance mehr, der hat mich abgehängt, der Sack das Problem, wenn die zwei Sachen gleichzeitig machen müssen, wenn wir aber wegkriegen, immer in der Smoke Achtung, Mitte kommt die Haken nicht zu doll oh, bravo, wir haben wir geblatt, dass da passiert nix hoffisch hier, halt vor dem Matz, alter Faken, fahr nach hinten, kräftig den Krasch ich da raus Müsste wieder dunkel sein nein, stopp den, den Rosen da brauchen wir die Sache Alter boah, du zwei Grad mehr ja, ich hab keine Grad mehr he 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 schieß, schieß mit oh, Marc, acht mal, acht mal schieß mit 45 Grad Vorsicht, Leute, in Ordnung da sind noch ein paar WBs ja, ich weiß, ich hab das gerade rausgeschickt äh, Kat, du musst mal A wieder machen ja ja, A mach ich hier, Lars, bitte fahr in den Norden weil A eigentlich ziemlich unnötig ist die ist zugefahren Alter Funky war zurück zu spät verpisst euch doch mal hier alle weg immer ist da oben zum dem den 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 die den langsam nach vorne ja ich meine da weil da ist ja nicht mehr von der jolie da oben fährt doch einer rüber da weiß ja lass ihn da oben rüberfahren ist doch voll zu sagen nicht dass da irgendwie das nicht schnallt er kommt ich müsste den abend das hat woppelt ein bisschen was aushält ich gehe wieder in den ordner trug mit müssen ich schiebe mich da oben mal rüber dass ich das sieht es könnt ihr nüsschen und mich dunkel halten ich bin am besten ich versuche da oben nur so ein bisschen was hat er denn auf der seite ja ihr seid glaube ich ich glaube die von raus oder die von rückwärts also ich sehe keinen ja da kann ich das nicht ok die weil der kurs hat er schießt die materiale weg ganz geht ne unser material retten also noch reparieren alles auf retten heute da war der 20 schiff im hafen scheiß Scheiße auf... Scheiße auf BB-6,5 Scheffenboi Sehr schön Booty, ich mach wieder jetzt Die ganze Phase sind glaube ich schon raus, oder? Ja, ich glaube, krachen, Vorsicht, Kreuze Bertha verloren wieder, Scheiße Na gut, das ist... Das machen wir eigentlich auch noch, Bertha ist zwei vorher Aber da... Beser stehen wir mit zwei U-Booten, da tut sich momentan nichts, also... Braucht euch erstmal keinen Kopf machen Das war jetzt ziemlich schlecht Scout gestartet, von der Amagi In Richtung zu mir Aber haben wir noch E2 geht verloren Geh schon weg Ja, haben sie aufgegeben Oh, oh, oh Oh, 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 oh Jetzt ist das kaputt Äh, öh Äh, öh Die sind da gewonnen Die sind halt... Einfach glücklich Ey, Alter, passt doch mal auf hier, was soll das Und noch ein bisschen Bitter hab ich ne gute Nase dabei, oder irgendwie Die werden den Cesar drinnen sollen Sind die doch auch Oh, volle Mannschaft Und wieder das dritte Mal jetzt Mann gegen Mann Oha Ja, gepanzerte Moppeds Ich rasch gegen Ja, das hast du davon ja Jetzt ähm, äh, gegen raschen erst auf, Leute Ja, da hast du dich nicht mehr Ja, da hast du dich nicht mehr Ja, da hast du dich nicht mehr Ich kann direkt zurückfahren, Leute Ich kann direkt zurückfahren, Leute Für die Franzosen Freikor Also selbe Dreck, ey Die BB4er? Ja, ja Voll gepanzert Hatten wir noch nie darüber gesprochen, dass die es probieren? Okay Okay Es läuft nicht Cesar und die Operern, oder? Oder zur Intro, mehr läuft nicht Unserem Raum ist E plus Abba Ich kann ja sehen wie viel die sind Bei gut Ja, 15 Meter wäre jetzt voll Bei U-Bütter und das BB4 aus Brunner ist das praktisch Hippo ist drin Pratik, die Schall in der Mitte Brau, er hat Standbild Keine Ahnung, was da los ist Na, wär weg Ey, mach ich was du gleich da durch Ich weiß, was du kriegst Ja Eigentlich ist mit dem Bomberzähp aus Das ist sehr gut Ach, oh ja Du bist dabei Heinrich irgendwo Heinrich 2 Thomas, du musst weiter hinten? Ja, ich muss schon wieder So, ey Ach, ja Keine BWs mehr Okay Hat sich damit auch erledigt Da haben wir ja keine BWs mehr Da haben wir ja keine BWs mehr Ja Ja, und wir sind auch Wir haben nur noch 5 Und das heißt im Norden hatten wir nur noch eins Entschuldig Leute, AP auf das Moped Alles zurück Ist mir sicher Brauchst du es gelohnt? Mhm Augen gewonnen Aber tot Was ist mit Dora los? Nicht da hinten Vorne Oh, woll Ich bin glaub Ich bin gefräßt Ne, doch nicht Weiter Dora war gewonnen Mega lecker Okay Nur noch Cäsar läuft Ja, aber ich kann doch mal jetzt Cäsar ist im Gange jetzt Ja, die war nicht gemacht Ehe Außerhalb gewesen Blöden Apas, ey Ja Lass uns hier auf dem anderen unten eine Kette bilden Bild eine Kette Wo bleibst du hinten? Ja, ich fahr dann direkt nach Süden runter Machst du direkt nach Norden hoch Und der Mala bleibt in der Mitte stehen Ach, wo ist das? Dann haben wir da vielleicht ne Chance Naja, du fährst nach Süden Ja, wir müssen einen Scout raushauen Da hat Cäsar getroffen Ja Ich bleib jetzt mal hier in der Mitte stehen Ja, dass du miss Wenn du auf holliger Höhe es siehst Dann schaffst du es auch nicht mehr Weil du zu schnell ist Ich werd den Scout gleich nach Süden Mitte reinziehen Na Gott Warten weil Süden es nicht gepanzert hat Elend ein Dreck No, ich finde es verdient Naja, hier ist ein Pferd Und du bist auch krass Bleib in dennoch Ja Das Scout ist raus Ich bin schon auf dem Weg dahinten, hab schon umgedreht. Unsere Mitte ist keiner mehr. Malar, hast du einen Scout? Ich spiele mal, ich kann gar nichts machen. Scheiße, da ist er doch. Da kommt die Ufo bei den Kiel, zwei sogar. Dann ist er doch. Wiebt dein Scout nach Norden hoch, dass gar nichts ist? Der ist gepanzert, war der der kommt? Oh, wieso sind das plötzlich drei Beboote hier? Ja. Könnten vielleicht noch zwei BBs aus dem Norden in den Süden begonnen, bitte? Ist das machbar? Super. Wenn jemand ein Verhetschies übrig hat in der Mitte, wär's nicht schlecht so bei E3. Steht da gegen drei Beboote alleine, ach da oben ist auch noch einer. Da blinken nur Null-Nuftbürger, Chris. Dann schieß, dann schieß auf die Schallmanni. Achtung, Mats, im Süden. Okay, ich bremse mal hin. Was mit den Wänden müssen wir noch mal, oder? Leute, das war mit ihm ja echt scheiße. Und das heisst... 3U aus Nordö bedroom Laurencksbrille. Hat er eine Hedgehogs? Ja, jede Menge, ja. Bomber im Süden. Ich versucht. Bomber im Süden an der Borde. Vorsicht, der Franzose kommt rein, bitte. Süden sind wieder Bomberhöfe. Sub im Süden. Sub im Süden bei mir. D4. Du, wo ist der Bursche? Der muss unten sein. Ach bloß, der ist unten rausgefahren. Der ist nach hinten gefahren, den ich das letzte Mal habe ich ihn gesehen habe. Mitte kommt zum Franzose rein. So eine Richelieu. Kannst du eigentlich jetzt? Bomber gehen auf den Press. Verloben nur einmal ausleuchten, bis das oben noch einmal steht. Und dann fliege ich runter. Ich gucke runter, ich könnte noch runter. Perfekt, da fährt ein Snake-Eye. Schöne Scheiße, wir haben ein Snake-Eye hier hin und der ist aufkommt. Nice, pass auf. Und die Abwehr fährt dann vorbei. Wir verlieren C. Dreh ein, dreh ein. Ne, Emil. Ehmil, weil Snake-Eye im Betrieb ist. Na gut, dann ist es halt so. Ohne uns Account. Wir machen unsere Reiche gut. Ja, weil da drei von Gegner sind oder waren? Ja. Drei. Drei. Fahr weiter nach hinten. Fahr weiter nach hinten. Wenn wir dich verlieren, das Kacke. Den kriegt Mutti nicht. Das kann er knicken. Und unten kommt auch noch ein. Da weiß er. Ja. Der verpisst sich. Jetzt kommt er wieder. Raus kriegs. Marc, konntest du den da finishen? Ja. Alles klar, alles klar. Ich hab noch drei. Den sollten wir halten, die U-Boot jetzt nicht der Tlinik brechen hier unten. Ich hab Petschocks, ich fahr jetzt wieder hoch. Ich hab leider keine. Fahr wieder rein. Gehen Sie es ja auch wieder hoch unten. Ja, so, der zieht nach oben. Fahr senkrecht hoch, sonst haut er dir ab. Senkrecht hoch Richtung D. Also nicht ganz senkrecht. Das war's. Sonst haut er uns oben wieder ab. Ach nee. Ja, das war aufgetraut. Wenn noch ein zweites dauert, wäre es schon längst durch. An der Oben von der Nordfraktion genau den neuen ist sehr schön. Der schließt da eigentlich wieder mit dem Mutan auf dem U-Boot. Haben wir wohl gewonnen, ne? Ja, jetzt kommt er unten. Ja. Jetzt bin ich rausgeflogen. Ja, ich auch. Erstmal. Also hier zauern sie in drei Formen auf mich. Das wär cool. Prima. Ach, der ist, der ist ja, opfert euch nicht für diese Müllkarre. Ja. Auf dem V-Bahn auf die E. Torbomber im Süden an der Border, Torbomber im Süden an der Border. Eis, hau ab, hau ab. Wir können nach hinten. Wo sind die denn? Ganz im Süden hier. Bei 5, bei... Nora 5, ich bin dabei. Ich bin dabei. So, im Norden dürfen keine U-Booter mehr sein. Trach B. Von wegen, I-2. Bei 5 Waren. Gleich auf die Beine Tose. Wie sieht die Karte aus? Alles gut soweit? E5 ist aus Setting. E5. Perder. Ab, vor. Ja. Aber ist wieder zu. Perder 5 ist Setting, wieder zu jetzt. Ja, die warten, dass sie sich hier rausziehen und dann... Genau. Denkt dran, dass euch schon mit rauszieht. Ich muss mich verarschen. Der Bomber-ACV ist schon raus. Da oben in Norden war noch einer. Aber der war so armlos. Sobald der Hafen vor dem U-Field, sollten wir uns Bescheid sein, ne? Mach ma. Die sind alle beide wichtig jetzt hier, die Schlachten. So oder so. Die werden auch gewonnen. Wenn die jetzt beide gewinnen, dann ist schlecht. Du ja doch. Könnten eigentlich in diesem Raum, wo ich jetzt auch mit rumschippe. Könnten schon zu 1, 2, 3 rausgehen. Das ist aber. Also C3 ist eh übersprachend. Ja. Haben wir ein CVs dann. Also C3 ist uninteressant. Ein C3 ist auch nicht offen. Ja, ja. Einer läuft in C4 und einer läuft in Dora. Schöne Held auf die da sein. Sehr gut gemacht. Es dauert. Ja, komm wieder noch. Dora 3. Ja, komm wieder noch. Jenny, du bist die Größte. Du bist die Größte. Ich glaub den, den Russen kriegt der den noch? Nein. Setting Dora 4. Ja. So. Der Vorraum ist auf. Wieder zu. Wieder zu. Wieder zu. Dann kommen sie wieder zurück. Komm hier bei Bayern in dem einen Raum rum, wo ich auch schon stehe oben im Norden. Machen unter 2, 3 BBs raus. 2 CVs können raus. Mats raus. Mats raus. Portunus raus. Bravus auf. Soll ich reingehen? Mark raus. Tony raus. Aber ich wollte den Raum mir wieder her schenken. Also Insville muss man so drinnen lassen. Ja, ich hab grad was gesagt. Die gehen raus. Die den anderen. Fertig. Ok. Panzertanzak geht raus. Steine geht raus. Park, DS, Emil. Geht mal einfach in die Räume rein. Mark, mach du in Süden. Ja. Für den Norden zu und dann beim Aller hatte ich hoffentlich Angst davor. Einfach eine Linie bilden. Eine Linie, wenn man allein ist. Wenn du das aufwassendermass mit deinen Torks würdest du etwas ganz ehrechen? Nein. Bin ich nicht. Wenn Tork da wieder die eigenen Leute welche handelt. Bisschen weg. Boah, ey. Bisschen weg. 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 Oh, jetzt kommt mal los. Spion Account zurück. Bisschen weg. Spion Account zurück. 唉. Mach' n im kampus arbeiten spekuliere ich jetzt einfach auf eine ecke sagt links oder rechts links haben wir einen cv unten da müssen wir aufpassen unten im süden erst mal aufpassen dass wir hier nicht gleich alle trug sind oder was macht ihr da wo ist er da cv wenn man zurück geht die kv kommt dann schon angetrieben süd ist stark im vormarsch da ihr müsst den süd müssen unterstützen aber der spion der süd wird komplett überrannt leute und noch die eine schale weg da das wäre ganz gut leider wird die nächste runde ein noch ein noch Ach, ja, komm. Ah, noch mal. Wirklich. Mensch, fremd euch doch. Ah, schau, das wäre super. Ah, da ist es, Apa. Schaut gut, Spekul. Die Leute, links war gut. Gern geschehen. Du musst doch jetzt mal kill. Es ist 2 Pass Gold in der Nase heute. Ja, hier Smokes, also Humble. Ja, ich sah nicht mehr heute, aber. Vielleicht ist hier was da gesoffen. Sehr gut. Der raus ist weg, geil. Ja, ging für Sauna. Das wäre geil, wenn wir da. Das ist bloß nix. Der Scheißdinger ist auch schnell. Ja, Löw. Ja, Hafenrauben, ne. Echt? Ja. Eine Minute maximal. War noch bestimmt noch mal schwer. Schade, ey. Diese blöde Top-Bomb, ey. Der versenkt mich auch noch. Da müssen wir mit dem Hafenrauben gleich aufpassen auf die Scheißdinger. Der hat sich selbst versenkt mit seinem Hafenrauben, geil. Nützt bloß nicht, kass. Nützt nix, ne, aber ich hab den Raum gehalten. 290.000, auch selten. Ein schöner Russe ist jetzt kaputt. Was? Ohhhh. Da hast du gerade noch mehr als erstes da oben, oder was? Scheiße. Wer ist denn, der Schröner da? Wer fährt denn den? Der hat irgendwelche Russen gefahren. Das sah vorhin schon komisch aus. Das ist auch Banane. Bereitet euch, bereitet euch mal vor auf dem Raum. Wird da noch ein bisschen mehr ausweichen. Mach ich mit dem Raum dann das, äh. Heute ist Spätkommando. Okay. Wer hat mich denn da jetzt beschossen? Bin ich. Bin ich. Wechsel die Einschießerei. Gewöhn dir bitte ab dem Hafenbecken. Das ist gefährlich. Ist das der Gegner, was merkt, dass man da ist am Mainster? Ne. Auf nur 50% haben wir dann die Algen weggeschossen. Ja, so wie eben. Wir waren das hier. Na vorher hochdrehen, also. Also, Snake Eye wurde zumindest mal angeschubst. Wenn der Scheiße macht, schießen wir einfach aus, oder? Naja, die werden raschen, glaub ich, ne? Seien die raschen, oder was? Die raschen jetzt, ja. Oh oh. Warum beschmeißen wir uns hier oben in den Tedjobs? Kenn doch was da drin! Weil die Alte hochschulden hier oben. Geh hier gleich mal weg. Ja. Wurde uns auch kuscheln, die fahren mal nach unten. Gibt da noch ein bisschen mehr Platz. Ja, ja. Ich baue hinter Krevel die Linie auf. Ach, jetzt sind wir durch, doch packen wir. Natürlich packen wir. Wo sind die meisten QVs? Von da oben. Was haben wir da? Ah, die Nebi da. Die ist schon mal weg. Hinten stehen so viele C4s und Klumpen. Auf I3 da hinten. Das gefällt mir doch schon wieder nicht. Uh, Schnecker ist stottert. Ja, das sind die BAM-Plan. Ja, das sind die BAM-Plan. Ja. Ich hab das doch angemerkt, dass da hinten jede Menge C4s rumkommen ist. Das ist doch verdächtig. Fährst du jetzt in jedem Fall davor, wir werden zu dein blöden QV. Dreh rum. In der Mitte, da rascheln sie so ein bisschen drin, ne? Vielleicht mal die Leute beschießen, die da rin fahren. Achtung, 45 Grad. Besseres Quatsch, aber... Wie, hier muss man auf andere Stücke schießen? Wie, man muss auf die Alarm schießen? Unten Licht, bitte ich brauche bloß Licht und die QVs oben. Bitte brauchen wir unbedingt. Ja, ich komm von oben runter. Dann mach du dann mit Licht. Da steht nämlich schon ne QV wieder auf 30 Grad. Hippo, Portnose, da kommt einer. Der hat gekriegt. Fahr weg, ich bleib einfach stehen, mit dem Panzer. Schon wieder Top-Bomber. Ja gut, da schießt einer auf uns. Was soll denn das hier? Rauch mal ab, Kettner. Jo, bin weg. Was ist denn das für ne Scheißkiste da hinten? Da sind vier Stück wieder unten stehen. Ja. Ist hier aber wohl. Ja. Geil. Irgendwer muss mich safen. Pass auf die Top-Bomber auf. Wir haben mich auch plattgemacht hinten. Ich hab mir die Gefahr von leider hell zu sein. Nein, komm ich mir gedacht. Ne Leute. Einfach jetzt nichts mehr tun. Einfach die hier runterfahren und die Zeit absitzen. Genau, das schaffen sie. Ist gegessen. Na, die gute Halle? Ja. Einfach sauber spielen. Die fahren doch schon wieder nur weg. Achtet auf Sky. Die haben jetzt die fünfte Runde beim CV gedreht. Ihr müsst auf die Skytrails achten. Vielleicht kann ich mal da rausschießen, den Affen. Welchen denn? Der Snake Eye mit der Midway hier unten. Wie warst du das? Der Snake Eye, da kannst du Knicken, was der da beschreibt. Wir sind mit 40 auf am Ende. Dann soll er sich verpicken, dann mach ich allein hier unten, nicht? Süden, dann schiebt alle nach Süden, dann mach ich nur noch ein Mord. Ich bin noch dabei, aber die Bomber jetzt dran. Da hinten stehen sie, drei Stück. Oh, das Knäue hier unten, warte ich vor mir, das ist mir zu vorn. Wie war das? Nein, lass doch. Spar dir die Munition. Oh nö. So weit ist er mit zum Knick. Wegschießen. Ja, dann kann ich auch nicht mehr rein in den Hafen. Komm hier, schön. Unpacking. So, jetzt haben sie mich zugestellt da hinten. Ja, super. Wiegeverdachte Scheiße. Kommt aber halt nur Scheiße, dann rückt sie sich in den Haar. Einfach stehen bleiben jetzt und nichts mehr tun, dass er deren Verkackte zeigt. Genau. Wir nehmen jetzt die AFK hin und dann Kiki über BAMP macht er. Deutsche, weil unten der BAMP muss immer sie greppen. Und nehmt gleich Schiffe mit EMA unter anderem, ne? Dass ihr euch einzelne Leute hinten hinstellt und da auch was runterflaggt. Weil sonst können wir sowieso einen packen. Vielleicht war der Snake mir noch Brain-AvK, weil er bei BAMP da die Runde mit gespielt hat. Und auch so. Das kann gut sein, ne? Aber komm, man muss noch 33.000 damage. Siehst da noch nicht hin, dann macht er unsere Mieten kaputt. Da kommt ne Schale in der Smog. Snake und Eis unter dir, genau. Den hast du gesehen. Oh, da kommt so ein Flitzer. Das ist ein Franzosen-Fürster. Alles füge ich wahrscheinlich nicht, ne? Ja, da kommen meine jetzt noch wieder. Hallo Idioten, super. Danke. Hat in der Chat und kann auf absolut dumm schreiben. Die sollen aufhören, die gehen da wegzuschießen. Wissen ihr, was die dümmste Sprache ist, die man schreiben kann irgendwie oder so? Aber versucht das mal. Pfff. Die Spastien hier. Das ist... Lass die doch schreien. Ich hab kein Chat, kann nicht schreien. Schieß doch weg da, den. Wollen wir wegschießen, Chili? Wir können ja auch nicht schießen. Oh, ich schieß, ich schieß Ted, ey. Dann lass... Dann lass wenigstens die anderen Deppen da leben, Alter. Ich weiß nicht. Als ob die alle das erste Mal ein Habers holt Spiegel. Ey, die ratzen immer weg. Die spielen so alt groß, ey. Soll ich mal wegklatschen? Nee. Ja, schießt du mal hier unten in Richtung, wird nicht an. Wir brauchen den noch. Wir brauchen den noch. Eingestellt ist... Er rusht, er rusht. Weiter. Dann lass ihn, lass ihn. Schreib ihn mal weg, oder fahr ihn mal dauernd durch Schiff. Oder keine Ahnung. Ja, das bringt doch nix. Lass ihn, lass ihn doch sterben. Hat nie jemand nen Chat? Probiert mal euren Chat aus. Nee, ich stell mich in den rein. Ich stell mich in den rein. Boah, was war das? Da versenkt er dich auch noch. Ja, ich hab noch ein paar. Boah. Hast du jetzt den Schiff verloren, Alter? Nee, nee, der ist wieder 3 für die ganze Sache. Ja, der selber, ne? Aber wie gesagt, ich kann jetzt nur rüber gehen. Nee, ich hab nur ne Nebi, hab ich noch. Dings hier, so ne Fack, wo die reetaliert. Einen. Eine Schalle hab ich noch. Also, ein bisschen Ersatz ist noch. Ja, weil der andere Otto ist nicht da, ne? Wie gesagt, ich hab 2 WB 7. Nichts viel. Ja, aber ich hab ja nen 6er von schon dauernd rüber geschossen. Der schießt ja noch. Der schießt ja noch weiter, der 7er. Der schießt ja noch weiter oben drüber. So, jetzt hier Pause. Alle, alle... ...eine V drücken. Lass das Schiff leben. Achso, Snakeman war Gefro oder was? Die Schreibtman war... Ja, scheinst so. Ist es normal, dass auf... ... Basilisk, äh... ... die Dorot... ...nicht verteidigt wird? Ja, das ist normal. Oh, denn... ...dann ist... ...dann ist ja jetzt ne Entschuldigung fällig. Lass das Schiff leben. Lass das Schiff leben. Lass das doch leben. Schieß einfach. Nein. Du... Nicht bewegen. Wie viele Leute habt ihr denn? Nicht... Nicht genug um... Wer schießt denn da drauf? Ja, dieser behinderte Shepard Acker und der Krieg... Ja, dann schießt ihn noch weg, klar. Sie schießen weg, rotzen ausm Hafen, ist scheißegal. Eine Fretze, Entschuldige. Oh, jetzt geht's nicht mehr auf. Recht hast du es aber. Es ist so. Jetzt doch Quatsch. Dann ist doch deren Zeit. Das ist optimal. Ja, wegschießen da den Moppet. Ja, schieß weiter. Ja, super. Super. Oh, da muss aber noch mal drinnen sein. Ich glaube, er hat's wohl nicht. Ne, doch nicht. Ach, ne. Ah, wirklich so ein... Hä, war jubel. Wunderbar. Also, mein marischer Funker sagt mir... Äh... Bei CVs. Gekracht. Ja, da müssen die U-Boot nicht gehen. Ein CV, 3-BW. Herzchen Glückwunsch. Ja. Halt. Halt. Aber... Schmeißt die Kessel an. Vollgas nach Süden. Die waren eben auch nicht vollgesetzt. Also... Warum fahrt ihr mit der NCVs immer nach vorne? Das verstehe ich ohnehin. Ja. Wegwerkraften. Genau. Das nützt ja das, wenn der von der Nord-Border zur Süd-Border fliegen willst. Also Quatsch. Das machst du ja auch nicht. Also hinter BB ist dann fertig. Geil wäre, wenn er jetzt nicht den Maul halten würde. Und um die Leute auf das Spiel. Schau mal ein bisschen ruhiger. Die V-Aus verteilt durch wieder seinen Sektor. Ja, das sieht doch gut aus. Aber die... Haben doch ne Star. Boah, ne. Schallerwasch. Ah, gell. Zurück, oder? Ja. Ach, das ist aber machbar. Die haben ohne so viel. Ja, knapp 20 sind so. Du musst auf die Engländerleiten aufpassen. Aber wir haben ja keine Russen. Ich bin auch Russen. Wirklich Kreuzer. Aber Umbreon steht hier gleich erste Reihe. Aber da scheinen aber auch keine U-Boot dabei zu sein, ne? Im Süden ist nicht gepanzert. Im Süden ist nicht gepanzert. Im Hauptbomber Süd. Ja, im Süden sind sie wieder, siehste. Wir haben zwei Decke CVs hier. Passt wieder auf Skatetrains auch, ne? Ja. Ah, siehste. Ja, da in der Mitte, da ist wieder der KM-Lappen. Ja, ja. Hauptbomber im Süden massig. Wohl. Ja, das sind die Scheißdinge. Ja. F4. Überfliegen mich gerade im U-Boot. Ja, ja. Man schiebt sie. Süden, Baby. Was suchst du da vorne im U-Boot? Lock mal die anderen zu uns. Oh. Ja, mach. Ich glaub das waren da alle. Mal gucken. 3 stehen auf einem Knubbelfahn Richtung Süden. Ah, wieder die Scheißdinge da am Süden. Dann schiebt auch mal die CVs ein bisschen mehr nach Süden. Ab der Hedgehogs. Ich zieh die U-Boot ran. Hedgehogs nehmen für die U-Boot bitte. Die sind, die sind auf Max. Süd, die Kaiser kommt da rin, ne? Ja, die fahren ja, die sammeln sie jetzt mal. Die haben aber nur 30 Vs. Kaiser ist fast down. Flura hab ich. Die Kaiser nehme ich. Und noch Torgo, die hinten drumrum steht. Als Ersatz-Account. Da kannst du mal hintoppen, wenn du da Torpedos mit hast. Das wär so geübt, weil da kommen die gar nicht raus. Denkt an die Mitte. Die Mitte ist schon wieder so leer. Hier, Bomber im Süden an der Border. Ja, über dem Einhängigen jetzt rüber. So, der Rote will schon hier? Ja, will ja. Hier sind irgendwelche Bomber direkt an der Border im Süden. Dort, hier, links Bums. Ja, Top-Bomb oder kurz rum TV. So, da kommt, äh... King George rein. Äh, Kat? Ja? Sind sie mit dem zweiten immer noch auf Balte? Ja. Äh... Vielleicht verteid ihr da nämlich gerade Dora. Geil. Da sind sie nämlich schon vorher an der Nummer 3. Ja, das ist auch so. Das ist gleich zu Ende der Spuk. Das ist nur für Außenstehen, dass das ein bisschen bunter ist. Das ist nur für Außenstehen, dass das ein bisschen bunter ist. Was machen wir denn jetzt? Zwieger wieder? Ach ne, das war's nicht so. Sahle Mitte. Nein. Oh, Graf B. Hört der mich? Nein. Nein, die haben wir nicht gleich. Der Torb doch. Jawoll. Hey, der Spackner. Der Torb schon wieder hier. Man, Norden. Die Schalle. Leute. Oh. Flurebremst vom Snack. Und die QV da. Was macht ihr denn? Süden fahren schon wieder die ganzen Rosenhalge, recht? Keine Ahnung. Ne, ich bin oben Süden. Ich fahre gerade runter an Treibeln, gewusst. Das ist schon mehr oder weniger. Geht schon wieder so aus, ey. Ja, sag dir doch, da fahren die ganzen Rosen. Was? Was kam da in der Smoke noch? Alles. Da in der Smoke kommen QVs. Schade. Ja, ne. Kaiser ist da drin. Ich weiß nicht, Sandra war da süd, sie muss weg. Ah, das war so. Warte Zoni, ich drehe weg. Alles gut, alles gut. Drewe, lass oben rein fahren. Das sind easy targets. So langsam stehen wir vor. Stopp-Bomber in der Mitte, komm rein. Drewe, zurück. Kann ich dem jemand was schreiben? Er hat, glaub ich, kein Chat. Äh, ich hab kein Chat. QV Nord, ähm... Nicht Mitte Norden. Farb Peter auf. Bomber. E5. Ist doch verloren. QV weg. Achtung, Fortunus. Ja, ich fahr vor. Ball hat gefressen. Wer ist denn da mit dem Steiner, geh mal ein bisschen weg da? Noch ne Schorle. Süden sind Bomber wieder. Flure Flak. Süden. Nee, tschuldigung, das. He? Alles gut. Alles gut. Ach, Leute, ist cool, dass man mal sagt, dass im Norden die schon drüber sind. Taubbomber. Oh, scheiße. Umbreon, zurück. Ach, Torbomber auf mich? Ich hab bei mir war keine. Kater, du gehst nach dem Sack. Im Süden immer. Ach. Ja, aber jetzt, wo ich grad dran hinüber, dann muss ich ja mein Schiff wieder schreien. Ich schuldig kann es ja. Bei mir waren jetzt da keine Torbomben, also frag ich mich. Im Süden sind die. Okay, sind im Süden. Ich bin ja in der Mitte, weil Ina Larsen sagt, weil das nicht. Ja, ich verlasse. Lass du nicht besser. Ach, chill. Doch, doch, aber ich bin ja in der Mitte. Ja. Ich auch. Über. Über dir, ja? Ja, ich hab dich gewarnt. Aber wieso fahren die mit dem CV unten so weit dran? Neue Spieltaktik, Achtung Mitte, da kommt jetzt hin. Nee, brauchbar. Mit ihr schneller da sind. Was schießen da auch nicht? Volltreppe. Wir sind ja auch mehr als genug da. Wieder Bomber Süden. G4. Was kommt da denn jetzt rein? Lichtmitte, Lichtmitte, Lichtmitte gebraucht. Süden auch. Da waren auf jeden Fall ein roter Sieben, aber auf der anderen hast du geschossen. Ja. Mein Scout steht wieder. Ja, ich stehe auch. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wo wohnt du im Süden? Äh, über dir. Zwei Schiffe. Warte, ich komm dich covern. Der UK-Ding frisst, der ist tot. Ist auch nicht tot. Mütter, 413. Das ist ein Loch nördlich von der P45. War der sehr kaputt in Norden. Kaiser, kommt rein unten im Süden. Mark, du siehst wieder gut aus, ne? Die Schere, die Schere. Ja, ja, alles gut. Kalle Nord. Ich muss jetzt auch mal reparieren. Ja, die ist weg gleich. Mats, Achtung, wir fahren aufeinander zu. Ich bin tot schon bei mir. Ah. Kein Sturm. Spanns. Bei mir lebst du auch noch. Okay. Deadcars im Süden. Wollte ich versuchen mal ein Scout zu starten, ne? Jetzt nicht. Oben im Norden hängt so ein Itaker fest. Weiß nicht, ob irgendjemand ronkommt. Italiener sind egal, lass leben. Sieht doch gut aus. Kommt doch von welcher Version vom Spiel? Ja, ja. Sieht mich nach Gleichstand noch aus. Oha. Achtung, Mats, fahr hinter dir. Ich bin tot, bin tot. Ich gehe schon lange nicht mehr. Oh, sehr gut. Dann geh mit Fregatten, bitte. Ist grad heutig. Guck ein bisschen zu hier. Auf, als soll ich nach den Oben fallen. Wow. Spree, egal. Schlag den Ball. Dumm und Knüppel, Alter. Das ist doch weh tut. War dann schon wieder. Da war nix. Machst du den Kino nur schmutzig. Du hast den Schuss, der Volk geht schneller. Start, exit. Wann die überhaupt Faltern läuft? Nee, das erste Mal ne Attackung, die nicht im Weg rumsteht. Geil. Mit Sony, ja. Guck mal, die sind. Der, der Mann kann. Der, wenn man ein bisschen hören hat, dann geht das. Aber der Graf Spree, der fährt bei mir auch nicht mit. Ah doch, da hinten. Ja, ich seh's grad. Ich hab grad einen so einen Chaoten vor allem bei mir gehabt. Warum nicht so weit? Steiner, du rasch. Steiner, du rasch. Komm wieder. Mann, ey, du kannst nix hier steuern. Warum sagt hier keiner, dass Steiner nach vorne rascht hier? Doch, hat das noch immer wieder. Ja, ich, aber zu spät. Das ist scheiße, wenn du Flieger gleichzeitig steuern musst und das... Oh, Berserker ist dumm. Ne. Boom, alter. Ja. Einer weniger. Juckt's fest. Tipo, Achtung. Tu, boh, weh, weh. Äh, ich fahr vorne her, Lars. Doch. So, im Süden kommen sie jetzt hier. Südliche Mitte. Ne, die sammeln sie ja in der Mitte. Ja. Hoch da wieder, ne? Mark, überall. Ja. Oh, da kommen sie jetzt aber wirklich. Och, Kater, gehen wir von der Tastatur, Mensch. Wir stehen da schön ineinander. Ja. Ja. Du, wo ich verhinte, dir? Ne, ne, die haben wieder abgebrochen. Die warten noch. Die schieben sich grad alle ineinander da. Die brauchen das Ding jetzt nur auf Zeit. Das wird's aber lustig. Jetzt kreuzen die dich da alle schön. Naja, die Stimmung ist aber jetzt, der immer ne Atombombe ziehen soll. Naja, egal. Guck mal. Äh, Stark, ich schau vor dir. Steiner jetzt eigentlich tot, oder? Ja, Steiner ist tot. In meiner Version unser Tod. Schlecht. Ja. Der war so weit drin. So passend mit der CVs. Nicht, dass wir hier noch in Schmulitäten kommen, ne? Ja, wir haben so Schmulitäten wie das hier. Ja, ich hab auch genug weiter auf meiner Atago. Okay, ich wollte es, wo uns das gerade ist, wo uns das gerade machen. Cat, einer der RA-Guy ist, äh, opening Arbor-Tile in, äh, soviät. Do you have a direct line of command? No. Die Kong, die Kong, Brian, Target, auf die Kong. Donkey Kong, die Kong, Kong Kong. Hier ist noch nichts gegessen, in Hamburg. Ach. jetzt habe ich jetzt habe ich Hunger soll ich bitte mal die Fahrt der Süden herunterschießen vom Gegner machen die Kaiser da unten, Alter Atombombe, Junge Atago, 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 Atago Pass auf die Dings auf Atago Stück weißer Dings Bitte mal Süden flanken Norden der Saturn geht Rex Bull, ne An seiner Stelle wurde ich ja jetzt Teamkern Pass auf die Mitte auf Loch auf Seht die Feiter da weg im Süden Wenn ihr von unten, ne Von unten kommt, achten wir an den Norden da ist Zivros haben wir eigentlich noch drin, zwei, drei Jetzt weiter zwei Drei noch Drei noch Drei noch Drei noch Jungs, gebt Obacht auf CV-Fahrer S defended Tornbombe, Süden, nächsten Tornbombe, Chili Drei noch OST Drei noch 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 da kommen wieder schwarze Bomber dahinter, sieht aus wie Torpedobomber Jungs, die ziehen immer die, die ziehen immer die Fighter zusammen und machen frei für die Torpedobomber und Deichbomber Die fliegen in Richtung Chili, so wie es aussieht, wer steht da? Ja, wie sonst, ne? Ich glaube, wir müssen pushen, sonst geht das eh verloren, ne? Ne, Globo teilt noch so Uh, wir machen einen ganz guten Job da oben im Norden jetzt Wenn wir warten, werden wir auf Dauer weggebombte, wir haben eine halbe Stunde, um uns hier auseinander zu klicken Sub im Süden Keine Hedgehogs Ich bin ein Torpedobomber, ich komme gleich mit zwei Sachen Ich glaube, die wollen schlugen Jetzt düsen wir in den Südenröter und machen dann Hedgehog-Alarm Komm Wo braucht ihrs? Hier abgesoffen Scheiße, der ist weg Achtung, ooooh Der Russe, Russe, bitte Oh, zu hoch weg Oha Jetzt wird's, jetzt wird's schlecht zum Beispiel Also Ich muss jetzt mal retten In den Süden Toni, kannst du unten volltauben, wenn du noch hast? Ja, wenn ihr da vorne weggeht, macht das gerne Ja, ja, ja Ja, also ich guck, dass ich ein bisschen ranschleiche an euch Ein starke der da wegschießen kann ich habe meinen headshot gerne auf den falschen slot gesetzt mann leute alter ich kann nicht ah und ich da wird sie ah laster kommt nicht schwer bei den scheiß kann er weiter und wichtig kommen runter schluss gut jungen kommt danach an und die geyser kommen wir mal zu dritt Wir können sie noch nicht entscheiden. Wir drehen gegen. Wir gehen da gerade jedem, Alter. Was hat das, glaube ich, bei uns? Wir werden gleich wieder raschen am Süden. Im Norden ist das Problem mittlerweile. Da stehen zwei Siebener. Und eine Burgondie im Norden. Die können aber nichts. Da brauchst du nichts mehr machen jetzt. Geht doch ein bisschen anders. Ich hoffe, Cedric sieht er damit, Alter. Einfach denen jetzt den scheiß Hafen geben und auf dem anderen Hafen weiterspielen. Da stehen sie auf dem Becken, du Schlaumeier. Ja, deswegen ja da weiterspielen. Du kommst ja nicht mehr rein, die sind schon durch. Das schaffen wir hier noch. Kein Problem. Genau, cool. Fast im Norden auf mit dem Süden, Mann. Alter, mach das. Der ist nicht cool. Ich muss erstmal rappen, Alter. Ganz gut. Mach, mach. Mach! Was ist das? Was ist das? Ah, auf dollige Scheiße. Ja, ja, ich hab dich schon gesehen. Wir sind hier gleich alle tot, ne? Ich soll grad schießen. Ich hab das A-Fahr drin gehabt. Was willst du mit dem A-Fahr? Was wird denn da oben so weit? Naja, der schmeißt da Dings hier. Ey, Graf Spee, du schießt hier den Markt weg. Bist du total behindert? Süd kommt wieder eine Dings drin. So scheiße, dieser Graf Spee-Account, der muss rausgeschmissen werden. Ey, der schießt hier den Markt raus. Das ist so viel behindert. Sorry, Jolly. Der ist tot. Hier ist ein Zapf vor uns. Naja, der jagt mich schon die ganze Zeit hier. Aber Dead Guard da oben noch. Ich hab leider keine Tops mehr. Tops mehr. Aber Jolly, die ist weg. Oh, oh. Oh, schön Dreierknoe, was er da macht. Ja, die Bomben uns aber jetzt Stück für Stück raus. Die Scherung. Das sieht noch gut aus, aber... Da muss Druck her. Er dreht natürlich so ein, dass man nicht schießen kann, dieser Vollidiot. Eiko tot, ne? Die haben keine Munition mehr. Den 7 da oben können das sein. Die haben genug. Ne, die fallen jetzt oben rüber. Ich hab da gesagt, Dead Guard wartet da auf irgendwas. Da kommt die, oder diese französische Mobbit. Mach mal ein bisschen mehr Druck. Die Bomber machen die ganze Arbeit. Wir verlieren das sonst noch. Drück mal. Können schon fast raschen, ne? Können nicht, oder? Weiber, was hast du noch an Fliegern? Ich geh auch, bin auch unter 30. Also fahr mal weiter hinten, die stehen gleich hinten. Ab nach hinten mit. Tony, fahr mal wieder nach hinten so. Und machen wir was mit der Flieger und so. Ich bin auch mit mehreren Accounts, wie es aussieht. Jetzt kommt das Russen 7er wieder in Dampf oben. Ja, Dead Guard. So, das war der 7er. Hier, die Kaiser. Da muss ich von der Schwerbe. Ich seh nix. Oben kommt die Autorgo rein. Echt sieht. Ich find unten etwas eigenartig, dass da Zippo und Umbreon da schon wieder in der Kuschelgruppe spielen. Das ist nur noch ne Cher und ne Linus. Vorweg. Ne Cher, das ist bei mir ne Kaiser und B... UK. Bei mir ist dunkel, ich seh sie. Die haben einen Flur. Eins, äh, Dings ist die Crash bei denen. Ncv. Dead Car hab da oben raus geschossen. Ne Kaiser. Hier der in oben. Die wär in der Schmeisse seine Heizschießler. Ne hier vorne kommt Nubu. Oh, hier die Satteln. Oh, boh, 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 boh. E5 Ja die wollen auf Grebel wahrscheinlich auf die D5 D5 Oder auf den, auf den, auf den, auf den Träger Wir müssen klar auf den Jenseln kommen jetzt schon Oh Topbombe Da war Sub bei mir, C5 ist ein Sub Nein da ist kein Sub da, das war der, das war der Torpedobomber C5 Ein C5 ist Sub Wir müssen unbedingt die Torpedobomber zu decken Nein das war ein Ubo Mit was denn? Wir haben nichts Ja Beim nächsten Mal Dann nächst du noch eine Decke mit Dann müsste, dann müsste, dann müsste, dann müsste, dann müsste ich Also meiner wäre so ein bisschen, äh von hier sind bloß noch 2 BBs oder so Nö, 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 nö Dann müsste, dann müsste er, dann müsste er angreifen, wenn die Torpedobomber uns fertig machen Wie die lacht da beim Jäger aus, wieso ist das? Marc, lebe ich bei dir eigentlich noch? Äh, weiß ich nicht, ich habe gerade einen Sub am Arsch Das ist, äh Bei mir lebt auch kein Russen Süd mehr So UK Oder UK Das ist ja nur UK Und der KN, der da in der Border steckt Ein Drücken, der lebt nämlich noch Aber wir haben ja 4 BBs hier unten, wir haben ja bloß die Beben Hier Sieh ich mir neu Danke, jetzt bin ich down, doch noch nicht Hat keiner hier unten Hedgehogs im Süden? Ich hab keine Ich bin tot Okay Also ich bei mir nicht Also der schießt Er schießt Der Sub ist auf Dora 3 Der Sub ist auf Dora 3 Der Sub ist auf Dora 3 Kannst du da Fahr'n Was ist denn mit dem Rex Bull? Macht der Urlaub oder was? Ja, der ist äh Asynchron 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 Okay Bei mir lebt jetzt nur noch eine Artago Ja Eine Artago unterhalb Und dann triffst du Dann triffst du Weißte Aber irgendwas steht noch unten drunter unter der Artago Wir haben auch TBBs Er ist doch die Hälfte Also bei mir haben wir 8 Bei mir haben wir noch 2 CVs Ja, die haben wir schon länger Die haben wir schon länger Ich bin ja schon runter zum U-Boot, Jörg Ich bin ja schon fast da Guck mal da, der U-Boot ist aufgetaucht Die Tashi ist da oben Da oben ist das U-Boot, nicht unten Ach, da hat auch noch eins Nein, unten ist auch noch eins Wir haben keinen U-Boot mehr Weiple kann es auch jetzt schießschmeißen Was hast du da? Was haben unsere U-Boot da gemacht? Allton Achso Ja, Jörg war ja in den Süd unten Aber der hat ihn nahe noch an den Da ist das U-Boot auch süd Ich passt auf den Engländer da auf, der kommt schon wieder kuscheln Bei mir ist da unten noch ein DD oder sowas Ja, ja Ungeschafft Ja, das ist auch ein Tats, oder? Das ist seine S-Porte Also der Süd erscheint tot zu sein da oben, ist noch die Otago Jawoll Engländer ist auch weg Jawoll Wir sind da Mir gibt noch eine King George Ja? Engländer noch Jetzt bei mir mittlerweile Bei mir ist mittlerweile auch aus dem Grund Auch schon aus dem Grund das Ding Die Smoked, hä? Smoked der hinten? Wir sind los Der Smoked auf den, bei mir Smoked der auf den passt schon Ja Outer Sonic geiles Ding Jaja Bei mir leben die beiden Wie viel haben die jetzt noch? Weil das kann doch nicht mehr viel sein Bei den Grünen hab ich noch zwei Engländer Siebener Ne, die haben wir nicht Die sind weg Die sind weg Die sind weg Also ein Engländer Also ein Engländer Da Otago und Russen Siebener Der Russen Siebener ist noch nicht Bei mir haben sie ja nur noch DTS Ach, ach Also die Version die jetzt zuerst gewinnt, dessen Entscheidung triffts auch Also egal was ihr tut, gewinnt das Ding einfach Also der Engländer, wie gesagt, lebt bei mir unten noch Können wir den Gerechtigkeit verlieren mehr Also ich sehe hier gar nichts mehr Von Gegner Na immerhin haben sie Sony versenkt Was? Nein, Sony lebt noch Sony ist auch gerade gesoffen Ja, ich hab's, ich hab's auch Ich hab's auch, ich hab's auch, ich hab's auch Asynchron Bei mir ist es dann noch nie okay Siebener im Süden Ja, aber mir ist das krass Die haben ihn weggeballert Der ist nicht für den Sony Bei mir lebt noch die Atago Die Quelle jetzt weg Ja Ich bitte so, Rudi Wir können vielleicht mal ein bisschen Wir können vielleicht ein bisschen vorfahren Der war schön, der Hit Siehst du auf dem Atlantis-Account? Nein, ey Das hab ich auch gerade gedacht Hä? Jolly, Jolly schießt den jetzt weg Weil Atlantis ist der einzige, der gerade auf dem Typ schießt Schießt er einfach mal Jetzt ist er tot Nee, er verträgt noch einen Schuss Ob du auch noch nicht wollen Was schießt ihr denn hier? 56,68 Gut, jetzt haben wir gewonnen Oder? Drei, zwei, eins Der steht immer noch, ja Ja Auf E-Mil 5 steht noch ein Engländer mit 12 vor Genau, der wurde jetzt mit AP beschossen Der doch steht Soll den mal wegschießen Auf 56,68 schießen Wohin? Nein Das müsste eigentlich sein 61,64 Bisschen kürzer Minus 2 Grad kürzer Okay Das ist genau, genau, genau Der ist genau unterm Scout Unterm, direkt unterm Scout, da ist er Ich hab gerade ein Standbild Ja, bei mir fällt nichts Jetzt sitzt er tot Aber du, aber wer da schießt ja muss er Oh, da muss er, da muss er viel kürzer schießen 4 Grad kürzer 5,5 Jetzt ist er bei mir weg Was? Auf 7 Auf 7 Ah 2 2 Grad runter Zoni Zoni, 2 Grad runter Und nur Welche Koordinaten Jetzt ist er genau 180 Grad unter dir Genau 180 Grad unter dir Wieder 2 steht ne Schöhe Jetzt ist er weg Ja, genau Wieder, wieder 3 Blau, Dora 1 ist noch ein Zapp, deswegen Hier hinten steht noch ne Schöhe Hier, Matze, du hast einen Zapp vor dir Ja, der ist tot 1,5 Stunde ist er nicht mehr dabei Nö, machst es nicht mehr da Zoni, weißt du, was du das ist das erste Mal, dass ich dir einfach im richtigen Spiel so einen wegknallen kann, wa? Das Gute ist, dass er Zappen der Hafen nicht kaputt machen kann Nee, hier hinten steht aber noch ne Schöhe bei dir Doch, da schmeißt mir Torps Ja, die Schöhe steht bei mir auch noch Jetzt ist Hitachi weg Ja Ich schieße grad Zoni bei mir weg Geil Das ist die Schöhe weg Das ist die Schöhe weg Ja, also bei mir fährt hier noch so ein Zerstörer rum Genau Den, den hab ich vor mir gekloppt Also bei nur Den hab ich eigentlich weggekloppt Ja, genau Nimm mal nen Russen, Zoni Nimm mal nen Russen, Zoni Koron, Junkie Mach den, lass den Autorger vom Platz dann in der Mitte, dass die Menschen zusammen schaffen können Und 1 CV mehr, wohlgemerkt Und 30 und hey Aber ein Sub weniger Alles 30 drin Alles gut Ja, ich bin kein Sub mehr Ich hab keins mehr Kauf dir doch kein Schiff Dann haben wir ja Chancen zu gewinnen Dieser Skytrains ist das wichtigste jetzt Was? Dann kommst du jetzt Kannst du jetzt mal bezahlen Nein, Ruhe jetzt Kannst du dann trainieren Oh, die sind im Norden sehr QV-lastig Aaaaaaah Lass der nebenhin Du hast dein Armee Der Altaris Der Altaris hat die Prinzip noch mal passt auf Ich hab' da Ich hab' da wieder gebraucht Upsa Wir lassen heute wirklich sehr asynchron Wir haben die QV kommt rein Der DERQ kommt rein Das QV Das war recht nass für kurzen Zeit Wir haben im Süden, wo Gott hier U-Boot Dass wir scouten können Wir haben ein Torbomber aufgeführt Also zwei Flugzeugträger mindestens Oh Gott Slyde kommt Der kriegt auch richtig auf den Kopf Und Oh, vats! Kröder Kröder, schwind mal umfahren Kröder, schwind mal umfahren Dört ich nicht Dreicks anderen Accounts ey Ja, das ist so Hier fahren voll Mongos rum im Süden Zwei Seil 110k U-Boot in der Mitte, Vorsicht Total sinnlos Dreck, Skrull, du bist aufgedeckt Da müsste Cruel am besten drauffahren und den finishen. Weg schnell weg der Hände und Flakke, Alter. Das ist egal, die Aller. Ja, dann müssen wir mal ein bisschen Struktur reinbringen. Liefer du mal vor, ich häng mich hinter dir dann. Mhm. Ja, ne. Doch, mach ich. Echt zu gut? Oh, ich krieg erst mal voll auf der Fresse aus der Mitte, aber da wieder auf Licht Süd. Toll. Ich bin ja nicht Feuer abgeschossen. Ist das die von Wolper da oben bei mir? Wolper, zieh mal deine Sechser vor. Boah, dieser Steff, was ist da, ist schon wieder verkehrt. Guts, Junge. Die QV oben, da kommen sie zum Zweiergruppe kuscheln. Dort kommen Zweier rein. Die kriegt auf die Nase. Komm, 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 komm. Wow. Das ist nicht fair, die haben alle mehr Reins. Portnuss, oben? Jo. Ich habe auch schon gemerkt. Geht aus dem Weg, Chili. Vernünftig? Jetzt hast du vorne frei Kartoffelbrenner noch auf dem Chili. Ja, erst mal kriegt der da in die Feld hier. Dort nimmt meine Gunn längst hier wieder nie hin, Alter. Gehend auf. Geh, sehr schön. Pass auf, du kommst langsam. Kraköner, Kraköner in der Mitte. Vorsicht mit, die kommen wieder was. Oh, der war mies. Vanky, verpiss dich ein bisschen. Das lohnt ich lieber gar nicht, ja. Hier Chili, Berserker und so. Und Nightmare, dann müssen wir gleich wieder runter in den Süden. Da hinten kommt nur hier, die Frau kommt einfach. Wollen wir die da oben erstmal abfahmen, ne, die Pound-Botste? Nee, Nightmare, da hat grad Bock. Ah, sieht schon aus. Ich hab 2-5-5 Kiel, das passt. Atto-Farrei kommt drin, Alter, hier oben. Klatschkind, Alter. Schön alle. Ich hab Kiel, Junge. Schön alle eingehoben. Da hab ich oben was? Ja? Die JHA-44-3. Lois? Lois kriegt, jo. Lois, der will. Oh, das ist gut, alles war alles gut. Oh, ich lass noch raus. Vorsicht, Südkombi, der Torpedo-Bomber-Valley. Oh, da war ein Witz. Oh, der war mal ein Wiesiger. Oh, der hat mich aber gut getroffen. Oh, der hat mich aber auch gut. Hier, der hat einen CV, stieß so weit vorne. Tritzt ihn voll. Im Süden ist Kielischt. ja panther panther steht irgendwo und er macht nicht aufzuhören euch ein knudel das mal und mach mal den ich bremse mal ich bin aus für mann weil du kreativ nicht einfach mal der kühl nicht jetzt klär poste ein wo die begonnen jungen die wliga auch Wigi ist heute motiviert Nord hier QV kommt da wieder rein Vielleicht mal alles, was 45 Grad oder sowas hat Jo Da kommt ein U-Boot bei Emil Sub Süden Sub Süden Im Norden können da ein bisschen mehr an die Range ranfahren Süd kommt Bomber wieder F5 Bitter unten Süden, vier CVs Ihr werdet es ja wohl irgendwie hinkriegen Du, die kommen mit drei Feiter CVs und dann schicken sie Bomber hinterher Entspannend, entspannend Ich denke eure Feiter einfach durch Und stellt diesen Drecks-TV einfach zu Das kann doch so schön nicht sein Und da, das Kalmteil kommt da alleine Oh, Skid kriege ich jetzt richtig auf den Kopf Was soll ich denn nennen? Oh, oh, das frisst neid Oh, oh, Junkie, deiner Torps, du frisst da oben Uiuiuiui Der muss weg da jetzt Ui, dicker Weihnachtsmann Und der Russe Du, der frisst schon die ganze Zeit Naja, und den Russen hinten kriegst du auch noch Die kommen rin, das schlimm Äh, Nord, äh, ach, so Ablass ist es ja Aussprüchlich A23 kommt, ich vergesse die Nimm Halt, er ist da, am rumkrüppeln Am Süden Mal unten kicken hier, wie sieht das da unten eigentlich aus, Mark? Uiuiui Sauberrex Über Norden könnten wir das Spiel jetzt noch gewinnen hier Vom Sinn Süd ist scheißdunkel, aber jetzt nicht mehr Komm, fahr so weiter, Kackbühner Das war ein U-Boot Ja, Norden könnten die jetzt da ganz gewalt die Strukturen Dann hätten wir es von oben in der Zange Thomas ist weg Er ist nicht geboren gezogen Er ist weggetoppt vom Dorn Ja, ob er ist ja von vorne gezogen worden Er ist ja von vorne gezogen Er ist von vorne gezogen Sechsefighter Panzertanze Guckt mal, ob ihr in Norden wieder über Nordflüge vorgehen könnt So habt ihr sie oben im Eck Von oben her U-Boot auf U-Boot auf D2 Hinter Ted Wo ist da Ted? Vor mir Hier, da die Die Amagi Äh, die Atarum Kommt doch CV7 rein Nee, dreht wieder ab Er ist hier zwischen den Zwischen den beiden Da ist er Zwischen den Lichtmitte CV im Süden CV im Süden CV im Süden Ja, ja Uts, Junge 966 Ach, Leute, ihr seid auch echt Tja, der läuft doch mal da Ja, fährt noch irgendwo mal hin Habt ihr das Tsunamen Da vorne U-Boote und dann wegschießen Süd kommt hier so ein UK-Moppe drin da, ne? Oh, nein Oh, wo ist es da bloß? Zeig dich Baut Hunger Ich drehe wieder hinten, Otto Und der ist Der ist wieder weggefahren Bei dem Wobut Nein So sicher Torpeto Bomber im Süden Achtung Wieder Torbomber im Süden Oder auch nicht Er ist er ist, bitte Er ist er ist, bitte Er ist er ist, bitte Oh Chili, du bist dran Ich war da hinten, der Morg Ist kaputt Danke Darf ich da hinten überall rindflacken eigentlich in eurer Fighter, ne? Klar, mach einfach Ich mach den auch grad Ich mach den auch grad Wir fahren nur noch Wir fahren nur noch Russen-Baby-Sieben Wir nennen die da rauf Da kommen wir hier diese komische Russen Äh, Engländer Moppet Tja, im Süden Macht Janosch, Toni, lass den mal kommen Flack weiter Ok Ich bin immer rinder Mensch, fangen die grad nur noch, oder wat? Ich fang mich los Die fangen seit Beginn der Schlacht Geht im Süden ist weg Die Schlachtschapfer haben uns jetzt verloren Äh, da komm ich allein nicht los, ich war im Süden Die Jäger sind weg noch Also langfristig Oben der Engländer Hornrost, Krakener Ja, ich bin dabei, wir sind schon auf dem Weg Ja, ja, ich bin auch dabei Ich hab mal hingestellt grad, ja Ja, ich Der steht schon da Was? Fahren wir mal Fahren wir mal Gemeinschaftlich rin, wa? Er schießt auf mich Das passt doch, perfekt, Junge Du stehst tief drin, ja geil Also ich bin jetzt Torpedo leer Gut, dann machst du jetzt ein bisschen CV Ja So, Mitte, QV Das ist schon mal gut KV dreht im Süden rein Perfekt KV dreht im Süden rein Oh, der Engländer kriegt auf den Kopf Oh, der kriegt von mir auch Sind übrigens noch Boots Was? Noch drei Minuten, dann haben wir gewonnen Oh Mann, das hat langweil Echt, ey Wegeholt, Schüsse die Borgonnie, wunderbar Wollen wir noch waschen, oder? Ja Geht zu weg Es muss wehtun im Herzen Jetzt fahren wir kurz durch, hier Die, die erste Runde war Die, die erste Runde war wirklich, äh, an der Grenze Ja, da haben wir geholt Nein, verlassen wir doch ihre Bombe hier Ja, kloppt ja Ja, mach mal Licht auf den im Süden Hm Geht da noch was? Ja, ne, ne Ja, im Süden Ja, okay Gott kommt Lass mir mal hier den CV, dann krieg ich da so ne schöne runde Zahl hin Ne, so ein, so ein, so ein siebenstelligen gleich Man soll doch treffen, das Schlagchen Ja, Mann, kein Overheat mehr Nehm dir die, die Chef bei Aber der ist durch die Border geschlagen Jawoll, Wutz und Butz und Butz Ja, das reicht aber noch nicht ganz Und Butz So und noch andere Schiffe, wir haben noch eine Runde vielleicht. Oh ne, 800 davor. Weiter, 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 rasch drauf. Äh, das ist erst retten. Na, jetzt sind nix retten. Ach, dann wird der Turbomber. Achso, du stehst. Dennerstabeln Turbomber im Süden zum Knabbern, Cat. Lass dir mal noch was übrig. Was, bei mir? Unten im Süden fliegt grad Turbomber rein. Schöne Traube. Auf G5. Oh, ich muss da hinkommen, du witzig. Ich steh ganz oben auf D2. Puh. Eine schöne Traube Kekse. Oh, einfach rausgezogen aus der Border. Kleiner, eine. Ja, tülich, deswegen haben sie ein Eis hier und mich hängt eben auch weggekommen. Ich seh's grad unten im Süden. Ich habe ruhig die Border geholt und die Hörsen nicht fliegt zu nicht, da kommen sie hinter dir vor. Das ist eine Cheetah flottet es zum Umfallen. Aber gewinnen sie trotzdem nicht, siehst du? Ja, muss jetzt lustig aussehen, ne? Pottodon Damage, 999.200. Das sieht aus, als die den Raumfrau da hätten, ne? Lass doch mal den Porto aussprechen. Sollts noch mal? Äh. Äh. Ah, warte. Nein! Die Shades waren unterwegs! Das ist also über das Aufaroo 청issä mit dem Mommykse Agung Mitglied. Vielen Dank.